BAM Connect ist die digitale Plattform für Berufswahl und Ausbildung im ESPAS-Mittelland. Jung von Mathek hat gemeinsam mit BERN Expo das Erfolgskonzept von Swiss Skills Connect weiterentwickelt. Das Ziel? Eine nachhaltige Digitalisierung der Messe BAM, mit Fokus auf Lehrberufe, aber auch auf Unternehmen und Schulen. Ein CI oder CD? Fehlanzeige! Es gab nur einen Persönlichkeitstest mit Farbcodes, der neu das Design on- und offline prägt. Auch das Konzept des Persönlichkeitstests wurde in die digitale Sphäre übertragen und liefert den Berufssuchenden so perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Content. Verantwortlich für den Content waren die Ausstellenden selbst. Wichtig war deshalb ein Framework, das viel Raum für Individualisierung zulässt. Und zwar für Unternehmensprofile, ebenso wie für Schulprofile und natürlich auch für Berufsprofile. Über 400 Laien-Editoren konnten Inhalte ohne Schulung und Freigabeprozesse erfassen. Mit seiner optimierten Benutzeroberfläche inklusive Smart-Checklists und Erklärvideos ermöglicht NEOS maximale Benutzerfreundlichkeit. BAM Connect ist so der perfekte digitale Begleiter zu BAM Live, wodurch ein modernes Hybrid-System entsteht. Es bietet Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen Inspiration und gibt Firmen und Schulen die Gelegenheit zur Selbstpräsentation. Sogar Live-Interviews werden hier zum Event. Und das hat sich bezahlt gemacht. Von der Besucherzahl bis zur Interaktion. Der Clou? BAM Connect wurde zu Connect-Plattformen ausgebaut. Jetzt steht das technische Fundament als Wide-Label-Lösung anderen Messen zur Verfügung. BAM Connect bringt Menschen zusammen und die Zukunft näher.